Das hat sich eigentlich genauso entwickelt, wie wir es erwartet haben, aber das ist ja immer eine Sache mit den Plänen und Taktiken. In 90 Prozent der Fälle kommt es ja dann auch anders, aber heute hat es sich klappt, super. Bronze Medalist is the team of Austria! Wir haben am Anfang gesagt, wir schauen einmal, wer sich da die Favoritenrolle auszieht in den Schuh, wer die meiste Arbeit macht. Da sollen sie mal ein bisschen austoben und dann, wenn die müde sind, dann schlagen wir zu. Intern natürlich einfach eine super Motivation, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ja, nach außen auch, also dass wir auf alle Fälle Kandidaten sind, erstmal dabei zu sein und dann natürlich auch möglichst gut in Tokio sein wollen. Das ist definitiv mein großes Ziel. Bis dahin werde ich jetzt alles Tokio unterstellen. Ich denke, dass wir in Tokio sehr gut am Start stehen werden. Das war ganz key. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.